ein herzliches willkommen zum taroskop mit ella und diese woche haben wir wieder karten die ihr sehen möchtet oder vielleicht auch selber haben möchtet wir haben finde deinen wahren weg von colette baron reid dann haben wir für die tage haben wir das weiße wörter tarot after tarot ja das ist von da steht gar nichts drauf julia f massalia ist die damit die das gemacht hat dann haben wir zur klärung die pagan katzen ja das ist von ich kann mir die namen meistens nicht merken das ist auch von magdalena messina so das sind die karten und die orakel karten orakel der göttinnen von dorin virtue ja schaut euch das an vielleicht gefallen sie euch ihr könnt ihr auch gerne wenn ihr wollt über amazon bestellen ich habe dir auch auf meiner webseite www.ella-taroskop.de gelistet dann könnt ihr euch die dort anschauen und gegebenenfalls bestellen dann viel spaß bei deiner legung ein herzliches willkommen lieber stier zur taroskop legung mit ella wir sind in der woche 24 bis 30 juni 2019 und wir schauen uns an welche energien in dieser woche für dich vorherrschen was du nutzen kannst was hoffentlich hilfreich ist für dich denk dran allgemeine legung kann und wird nicht immer passen wenn es nicht passt bitte nicht versuchen es passend zu machen wenn es passt kannst du das natürlich nach herzenslust nutzen wie es dir beliebt so wir schauen was von außen kommt also welche energien dir von außen von deiner umwelt entgegen gebracht werden wir haben die sieben der luft das ist die sieben der schwerter die sieben der schwerter kann bedeuten dass jemand versucht mit irgendwas davon zu kommen vielleicht die eine idee zu klauen oder so es kann auch bedeuten dass jemand sehr zurückhaltend ist und nicht will dass irgendwas ans licht kommt wir schauen uns das ganze mal im zusammenspiel mit deinen energien an vielleicht können wir da etwas genaueres zu sagen so wir gucken uns an wie du dich fühlst wie du über dich denkst was du dir wünscht in dieser woche deine hoffnung und ängste was gutes für dich was nicht so gut ist und natürlich der mögliche ausgang in dieser woche so dazu kommen die tageskarten das heißt für jeden wochentag legen wir eine karte da dies ja eine allgemeine legung ist und das fließende energien sind muss das nicht für dich der exakt gelegte tag sein wenn das für dich an einem anderen tag hilfreich ist kannst du das selbstverständlich genauso nutzen wenn du willst so wir schauen uns an welche energien bringst du denn mit in diese woche was ist es was du nach außen zeigst du hast den neubeginn du hast einen karmischen zyklus beendet und beginnst einen neuen das heißt du bist sozusagen auf neuer pferde so wir gucken mal montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag und der sonntag so schauen wir uns an was da so bei dir los ist wir beginnen natürlich damit wie du dich selber siehst und wir haben den page der luft der page der luft ist luftenergie das ist wassermann vage oder zwilling bedeutet auch kommunikation gespräch eine nachricht oder vielleicht auch das sammeln von informationen kann bedeuten dass du eine antwort suchst oder dass du irgendwo informationen suchst die für dich relevant sind so siehst du dich selber dass du noch mehr informationen vielleicht brauchst um zum beispiel eine entscheidung zu treffen wir schauen uns an was du dir wünscht die sonne positive energien vitalität positives denken ja wärme strahlkraft energie ja sehr schön also rundum positive energien auf jeden fall hoffnung und ängste haben wir den könig der luft das kann ein vorgesetzter sein oder es ist derjenige von dem du die antwort erwartet oder es ist halt einfach diese hoffnung dass man dinge gut rüber bringen kann gut kommunizieren kann oder dass man was lernen kann der könig der luft ist manchmal auch jemand der entscheidungen trifft also ein richter oder so was in der art eine behörde kann hoffnung oder angst sein dass das positiv oder negativ ausgeht kann eben auch ein job sein ein boss ja je nachdem müssen wir mal schauen was ist gut für dich die sechs der luft das heißt du bist entspannt du bist nicht aufgeregt du hast keinen stress es läuft alles soweit harmonisch wie gesagt ich denke dass du auch da ich mal den sinn hast dass alles positiv ist du hast den neubeginn oder vielleicht ist es auch so dass du wartest dass du den staatsschutz start schuss setzen kannst für den neubeginn so nicht gut für dich in dieser woche ist die königin der luft die königin der luft ist jemand dem man nichts vormachen kann kann wie gesagt auch wieder luftenergie sein also zwilling vage oder wassermann kann eine person sein weiblich oder männlich die dir vielleicht im weg steht oder die nicht mit der information rausrückt auf die du wartest möglich gucken wir wie das ganze ausgeht wir haben den page des feuers das ist diese junge und ja sehr kreative energie leidenschaftlich für etwas vielleicht hast du eine kreative sache die du ans laufen bringen willst und wissen willst ob sie erfolgreich sein wird wenn ich jetzt gucke wir haben die sieben der schwerter von außen wir haben die königin der luft dann habe ich das gefühl dass da jemand versucht hier irgendwie steine in den weg zu legen dich zu blockieren das ist so mein intuitiver eindruck wir gucken uns das ganze mal an und vielleicht kommen wir der sache einen schritt näher am montag kam er den page der keche das ist positive energie freundlichkeit nettigkeiten die chance die stimmung ist gut positiv ja am dienstag haben wir den könig der schwerter das kann wie gesagt ein boss sein oder eine behörde eine entscheidung eine person mit der du vielleicht zusammentriffst oder mit der du etwas zu klären hast und da ist es auf jeden fall gut wenn du da positiv entgegentrittst am mittwoch haben wir den ritter der keltchen das ist ein angebot könnte auch sein dass du ein angebot bekommst von dieser person ja das müssen nicht die gleichen person sein ganz wichtig könig und königin der schwerter sind zwei verschiedene entweder personen oder überhaupt energien in bezug auf firma oder oder kollegen oder wie auch immer ja da haben wir den ritter der keltchen das ist ein mögliches angebot ein entgegenkommen eine hilfestellung je nachdem vielleicht ist das auch von diesem könig der schwerter am donnerstag haben wir die hohe priesterin dass es sensitivität empathie du weißt oder spürst welche energien so vorherrschen und das macht dich natürlich ein stück schlauer du hast du die antenne dafür was im moment so los ist und du bist aber relativ entspannt das ist gut du bist nicht aufgeregt du bist nicht panisch oder so sondern du guckst du beobachtest am freitag haben wir den page der stäbe das ist die energie mit der die woche ausklingt etwas worauf du dich konzentriert fokussiert auf eine sache die sage ich mal deine leidenschaft beinhaltet also ein ziel vielleicht auch ein hobby eine kreative idee vielleicht auch ein projekt das du vorantreiben willst und da bist du dabei diese sache umzusetzen dann haben wir hier den page der schwerter die nachricht auf die du wartest oder was du klären willst und wir haben den könig der kelche die gefühle im griff das ist auch wasserenergie bedeutet krebsfisch oder skorpion kann auch jemand sein der dich dabei unterstützt der dir zur seite steht jetzt gucken uns das ganze jetzt noch mal mit dem dritten kartendeck an um der sache auf den grund zu gehen ich habe den eindruck dass da jemand etwas dagegen hat dass du diesen neustart hinlegt dass du frisch und frei irgendwie neu loslegst da haben wir etwas wofür du dich eingesetzt hast also da gibst du auch nicht auf da gibst du nicht klein bei da hängst du dich rein und wir haben den magier du hast manifestiert du hast dich aus diesem karmischen zyklus befreit der hinter dir liegt das ist sehr gut und du hast nicht aufgegeben und du sollst auch nicht aufgeben aber du sollst eben darauf achten dass es eben die gesundheitliche schranke nicht durchbricht also dass du es übertreibst die sonne ist das was du dir wünschst wir haben die neun der schwerter das sind die negativen gedanken und die sieben der stäbe ist die wappnung du wappnest dich für das was möglicherweise kommen könnte du hast da so eine ahnung und du versuchst eben auch positiv zu denken positiv zu agieren bravo das sehr gut die positiven gedanken solltest du ruhig weiterführen hoffnung und ängste könig der luft königin der stäbe feuer energie und die drei der stäbe bedeutet neue horizonte könnte bedeuten dass jemand mit feuer energie also weder löwe oder schütze dich unterstützt in dir die vielleicht möglichkeiten aufzeigt die sich da ergeben weil die drei der stäbe ist auch feuer energie und vielleicht hast du durch deine bisher schon gelernten skills irgendwo die möglichkeit neu zu beginnen dinge auch wie der könig der schwerter gut rüberzubringen dich sozusagen gut zu verkaufen so in der präsentation und da steckt viel energie viel herzblut drin viel leidenschaft auch und dann haben wir gut würdig ist dass du entspannt bleibst da haben wir den wagen es geht voran krebsenergie und noch mal den könig der schwerter also du hast die erfolg auf jeden fall auf deiner seite der könig der schwerter nochmal bedeutet einfach auch dass du eben klar und deutlich deine ziele vermitteln kannst also wo du hin willst und du bist dabei ganz entspannt jetzt haben wir die königin der schwerter das ist der eremit die jungfrau karte und wir haben das rad des schicksals auch das wirst du überwinden du hast die talente der eremit besagt ja auch dass du die dinge in dir selber suchst und sollte dir jemand im weg stehen wirst du als könig der luft und mit deiner gelassenheit den wagen vorantreiben und das rad in deine richtung drehen also dass es gut wird du konzentrierst dich auf ein ziel und du bist stark darin das ist super und dann haben wir das ast der stäbe da ist die leidenschaft der leidenschaftliche neubeginn also du bist nicht aufzuhalten wunderbar finde ich gut dann haben wir montag den page der kelche den herrscher und wir haben den könig der Kelche das ist hier diese energie du hast deine gefühle im griff und kannst die chance nutzen du kannst die chance nutzen die sich der bietet sehr gut könig der schwerter die herrscherin und die vier der stäbe also auch wenn es um private dinge geht dass du wirklich auch deine vier wände alles gesichert hast dass du eben dich wohl fühlst mit deinem umfeld und die herrscherin sagt auch da erfolg ja die dinge entwickeln sich positiv für dich dann haben wir den ritter der Kelche da haben wir dass die drei der schwerter und den hierofanten es kann sein dass dich jemand enttäuscht jemand der dir vielleicht was bedeutet jemand der dir vielleicht liebevoll entgegentritt aber jemand ist der möglicherweise eine falsche maske trägt und das hat auswirkungen auf dein selbstvertrauen natürlich du bist erfolgreich und ich könnte mir vorstellen dass das jemand ist entweder auch dein partner der dir vielleicht den erfolg nicht gönnt könnte sein oder es ist ein kollege oder eine kollegin der dir diesen erfolg nicht gönnt aber du hast deine gefühle im griff und du schaust dir das an und es nagt an deinem selbstvertrauen aber es du kommst darüber hinweg ja deine gefühle sind nicht so verletzt dass du wirklich nicht mehr damit klarkommst die hohe priesterin hatte ich da auch schon vorgewarnt du ziehst dich aus dieser beziehung oder aus dieser sache zurück sechs der münzen bedeutet für dich ist wichtig ausgewogenes geben und nehmen das kann privat sein das kann aber auch beruflich sein ja also es ist nicht gesagt dass das jetzt eine beziehung ist die zu ende geht aber du hast einen neuen zyklus der beginnt und der sehr erfolgreich du konzentrierst dich nämlich auf dein ziel und mit den sechs der schwertern bist du dir sehr bist du sehr entspannt und die acht der kelche bedeutet du gehst neue wege das kann auch hiermit zusammenhängen dass du vielleicht neue dinge lernst dass du dich neuen dinge öffnest ja das heißt ja auch über den tellerrand gucken sich neue horizonte eröffnen page der schwerter ass der münzen und die liebenden auch ein neubeginn in der liebe ist möglich in der stabilität und sicherheit also auch was partnerschaften freundschaften betrifft ja da führst du klärende gespräche und das führt dazu dass auch da ein neubeginn möglich ist du hast den könig der kelche du hast den könig der münzen und du hast die zwei der schwerter du bist zurückhaltend was jetzt zum beispiel diese gefühlsäußerung betrifft das haben wir hier auch dass du eben ich sag mal jetzt nicht überschwänglich oder über dramatisch bist wenn irgendetwas passiert oder dich jemand enttäuscht aber du weißt was du willst und du lässt dir nichts vormachen mit dem könig der schwerter und auch mit dem page der schwerter gehst du deinen weg und ja du hast einfach das zepter in der hand du lässt dich nicht aufhalten und das ist gut so mein lieber stier als orakel karte habe ich die grüne tahrer beginne zu delegieren bitte andere dir zu helfen statt es alles alleine machen zu wollen das heißt eben auch die menschen die dir nahe stehen zu bitten dich zu unterstützen dir unter die arme zu greifen und mit anzupacken das ist auch gut so und gemeinsam ist man stärker als alleine ja und deswegen glaube ich dass du das gut machen kannst ich lese vor was die grüne tahrer bedeutet wenn du innerlich grummelst weil du mehr als dein anteil trägst dann tust du damit weder dir selbst noch den anderen eingefallen du musst um hilfe bitten damit du zeit für ruhe und besinnung hast einer der gründe warum ich so voller frieden da sitzen kann ist dass ich das geheimnis wahrer produktivität kenne sie entsteht nicht durch kämpfen und sich abmühen sondern durch einen klaren zielgerichteten geist der nicht von wankelmut geplagt wird entscheidungen zu treffen ist der kürzeste weg zum erfolg hast du dich entschieden so ergibt sich das übrige von selbst daher empfehle ich dir die still hinzusetzen und deine gedanken zu verfolgen öffne dich für die geheimen fahre deines herzens es wird dich still und leise zu deinem wichtigen zu deinen wichtigsten entscheidungen führen der rest fügt sich dann von alleine ja es ist wichtig entscheidungen zu treffen neue wege zu gehen wir hatten hier die acht der kälte neue wege zu gehen zu entscheiden den neubeginn zu starten und auch mit dem page der schwerter zu sagen wo es lang gehen soll ja also auch deinem gegenüber oder deinen gegenüber zu sagen wo du hin willst ja und da ist sicherlich der eine oder andere der entweder nicht gewillt ist oder nicht kann oder mehr oder weniger darauf vertraut dass du ihm oder ihr immer wieder geholfen hast und dass das dass derjenige sich dann halt daran gewöhnt hat und dann sagst du ganz klar nein das läuft jetzt anders und das ist auch gut so ja und das recht solltest du für dich auch in anspruch nehmen mein lieber stier das sieht sehr nach durchsetzungsfähig und durchsetzung aus nach einem neubeginn der auch in deinem sinne ist und der auch sehr erfolgversprechend ist also lass dich bitte nicht aufhalten aber so wie es aussieht tust du das auch nicht du holst der unterstützung du holst der hilfe und ich denke dass das die leute auch gerne tun die deinen erfolg befürworten ja wenn das hilfreich für dich war dann würde ich mir von dir ein däumchen hoch wünschen und ich bin natürlich gespannt inwieweit das für dich ja in der realität in der realität auch umsetzbar war da freue ich mich dann immer sehr wenn das dann möglichst positiv ist und auch eben umsetzbar ist für dich ich bedanke mich wünsche dir viel erfolg und bis bald tschüss Beratn Beratn Vielen Dank.